So, willkommen bei der ersten Map von Episode 2, also Map 11, nochmal, immer denn, wenn vorne die Ziffer 0 ist, das ist praktisch die erste Episode, bei 1 die zweite Episode, und bei 2 die dritte Episode, weil Doom 2 ist zwar immer zusammenhängend von Level 0 bis Level 30, allerdings hat sich so in der Map-Kultur dieses Episodenhafte von Doom 1 auch bei Doom 2 durchgesetzt, so dass man sehr viele Map-Packs, unter anderem halt auch Extermination Day, auch virtuell in drei Episoden einteilt, auch wenn man die natürlich zusammenhängend spielt, doch. Und wir sind jetzt praktisch in der ersten Map von Episode 2. Und bei Brutal Doom Starter Pack, also bei der älteren Version, da konnte man, wenn man neu gestartet hat, konnte man hier nicht nur Extermination Day auswählen, was ja jetzt praktisch das ist, was wir gerade spielen, sondern man hatte tatsächlich drei Optionen dafür, wo man praktisch einmal zu Map 1, zu Map 11 und zu Map 21 springen konnte. Das haben wir jetzt allerdings bei Extermination Day wieder rausgenommen. Ja, ich bin einfach! Ja! Ja! Es ist plötzlich zu rüber, da! Ja, ich bin kaputt! Ja, ich bin kaputt! wir das ist einfach ich bin ja nicht wieder runter aber ich finde es immer seltsam wenn man sich die one-way irgendwo hat es fühlt sich einfach komisch an da könnt ihr mal sagen was ihr wollt so da war ein secret ach man komm ich komme hier echt zu hoch ach schon was geht hier oder was die andere Seite ach, da war der mal weg weil man sieht auch kein Schalter oder sowas na gut, dass ich könnte ein Schalter sein ja, ist richtig, aber es ist mich trotz sehr äh wie sagt man Intuit-Lieb gestaltet alter, wir haben grad nur noch 50% also 60% leben äh, die sind beim End-Bussel in der letzten Map die fucken einen echt ab also nicht zumindest fucken sie ab und zwar als fuck what äh schieß ich schon auf Leichen rum aber jetzt haben wir nur noch 46% wo Alter, das können wir doch eiskalt vergessen jetzt können wir doch sowas von vergessen jetzt können wir doch sowas von vergessen was? wer schießt denn hier? was? wer schießt denn hier? boah, alter ich schießt zwar grad nichts, aber hm ich versuch's was wert wow ist da drauf was? ach, scheiß doch da los ist da los ist da los ist mal doch der Affe ach komm, mach ich den gar nicht rauf ist da überhaupt was drauf sonst wird das ganze überhaupt was ich hier grad mache ja, da ist was drauf aber plus Rüstung ja, die von hier kommt da drüben die sich rauf hm hm hier ist nichts wie man da rauf kommt interessant kommt man ah, ok ich hab den Trick gefunden äh, oder auch nicht nein, kommt hier rauf kommt er da rauf von hier aus muss man sich denn da rüber junglen ach, oder auch nicht alter ach, Gott ich kann doch nicht nach jedem Sprung speichern weil das hier so anfällig ist zum runterfallen ach so, jetzt bin ich auch aufgekommen oh erst ab jetzt so ok das war hier das war da jetzt kann man damit hier aha, perfekt ich dachte schon, ich rutschte da jetzt die Welt wieder runter als wäre es ja jetzt gewesen so das ganze hilft zwar aber leider nur ein ganz ganz kleines bisschen alter, guckt euch unsere Lebenswerte an das ist doch ein Trauerspiel ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich muss jetzt praktisch komplett Survival spielen ach, ich hab keine Ahnung ja, komm 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 Was? Wo? Wer ist denn deaktiviertiger hier das Glas inzwischen? Und zwar kugelt ich schon das Glas. Naja. Hallo. Hallo. Aha, hier ist ein bisschen was. Sehr schön. Was ist mit dir los? Oh, du armer. Oh, jetzt bist du da nicht tot. Digga, wir haben 100% Leben, dass ich das noch erleben darf. Oh mein Gott. Ich fühle mich immer so mit Wortes wie neu geboren. Was ist das hier eigentlich? Ach du Kacke, das ist jetzt das Ding da. Ähm. Wäre das jetzt nicht ganz so optimal? Scheiße, ich bin doch behindert. Das fällt mir jetzt erst ein. Oh Gott. Wir hatten doch bei der vorigen Map, wo sie diese bei Endgegner hatten. Da war doch am Startpunkt noch diese blaue Rüstung liegen. Und ich fallisiert hab dem Ende vergessen mitzunehmen. Ohhhh. Das ist doch nicht wahr. Sonst hätten wir jetzt fucking 200% Rüstung. Oh Gott. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst jetzt. Oh Gott. Okay, wir sind dort. Scheiße. Ich wusste nicht mal, ich fahr mal. Ich kann dir auch mal passieren, wo sie sich auch immer durch den Reinigen reputieren müssen. Komm mal her geht doch wow Houston, wir haben ein Problem wow fadet noch mehr von den Viechern gut, wir gehen jetzt mal hier raus und noch wieder zurück damit ich diese ganzen Viecher da angelockt bekomme diese da trau dich du Wichsgeburt äh Wichsgeburt na gut, da kommt nicht mehr wollte vier Stück noch wo rennen die da alle hin wo wollen die alle hin Leute, ich bin hier ich bin jetzt für die Automap, oder was Alter holy moly, what the bolly okay, die kommen alle zurück roh, die da waren sehr erfreut was, wie kann ich ihnen helfen ach, sie brauchen ein bisschen Blei ja, das gebe ich ihnen gerne wobei ich gar nicht weiß ist eine Schrotkugel überhaupt Blei drinne? ich meine ich meine, ich bin Wertkugeln klar da ist hier viel Siebblei drinne weil, ist schon schwer und so aber war ich bei Schrot bin ich jetzt gerade echt ein bisschen überfragt weil überhaupt Blei enthalten ist so, okay, erstmal gucken wir sind jetzt überall Gegner hab ich ihn erledigt? ist er tot? er sieht verdammt so aus what the fuck hehehe ach, Reino, das ist doch eine gute alte Zeiten ich bin ja auch Glück hochgekommen ja, tatsächlich wow, da ist noch einer scheiße man, ey fuck you ich hab ihn ja wahrscheinlich sogar nicht getroffen man ich hab ihn ja schon ich habe ihn wollen und ich hab ihn dass ich hab ihn doch nein 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 Oh, da geht es noch viel besser aus. Ach du Kacke! Stimmt ja da wird ja auch noch einer so rum. Oh Mann ey. Das wird doch echt... Ups. Nein, ich habe jetzt schon die Lust auch angelegt. Ich möchte sterben. Hä? Was habe ich denn gerade... Hatte ich die noch schon? Ups. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Okay. 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 Ganz ruhig. Da hinten sind irgendwie gar keine. Wir warten in der Änderung, dass da hinten auch Revenants sind. Aber irgendwie... Ne, da ist ja keiner. Okay. Interessant. Gut. Wir speichern hier erstmal und dann... Oha! Wisst ihr was? Ich bin jetzt mal ein bisschen ganz schön leichtsinnig. Sind alles Raketen, ne? Ja. Was ist denn alles da passiert? Göttchen. Ich renne jetzt einfach zu der roten Karte. Ich weiß ja wo sie ist. Dank meiner letzten Op... Auf... Opferungsvollen... Was soll denn da rede ich eigentlich? So. Und jetzt... Jawoll. Das passt schon mal ganz gut. Ich hab mich nur nicht selbst erwischen lassen. Das hier unkürzt. Wow. Alter, ich muss auf zwei Quellen achten. Wow, Alter, das wird tatsächlich fast knapp. Okay. Okay, die haben gut gelegt. Was? Die Spiele nicht? Weiter. Ich weiß ja, dass wir da jetzt schon zuspeichern. Aber... Äh, was machst du denn hier? Ja, komm, dick mich. Boah, Alter. Boah, Alter. Oh, Scheiße. Sind die denn jetzt alle? Ich bin tot. Alter, ich muss irgendwie... diese scheiß roten Manicaten zu mir locken. Oh. Okay, Operation Nummer 1 ist schonmal tot. Jetzt muss ich versuchen, den hier hin zu locken. Oh, oh. Das war nicht wie geplant. Oh. Hab ich weiter aktiviert. Oh Gott. Wer schießt denn von hinten? Ach du scheiße. Ach du scheiße! Ach du scheiße! Ach du karke! Ach du Mist! Ich kann, du Nutze! Ach du scheiße! Komm, gifchen ab, gifchen ab! Ach, Mist. Ich muss versuchen, die ganzen Gegner hier aufeinander zu hetzen. So, da oben ist jetzt alles ruhig. Oh Gott, Alter. Ich bin grad so scheiße konzentriert. Was? Das ist der Donnerwälder. Wo denn? Da oben ist noch ein einziger. Ah, super. Nein? Okay. Ich hoffe, das war's. Was? Ich dachte schon, der will jetzt mich angreifen. So, die beiden kämpfen schon gegeneinander. Und sobald der eine weg ist... Vielleicht auch nicht ganz. Was? Bullshit. Hey, jetzt... Die sind alle frei, oder was? Das stimmt ja, ich vollidiot. Hier gibt's ja noch Operation Gangsterwaffe. Hä? Äh... Hä? Ich weiß nicht, beide spinnen schon tot? Ja, tatsächlich. Ich glaub's nicht. Da hat so ne... Da hat so ne... Äh... 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 Die muss hier mal überordnet werden. Alter, wie der Panzer wackelt. What? Ich hab... 11.000 Leben? Ne, äh... 1100? Schade doch nicht. Ich dachte schon. So, nehmen wir das hier. Jetzt hab ich mich wieder ordentlich leben. Stand by. Hoffentlich komm ich da hoch. Das wär nämlich ultra geil für die Folge denn da bist. Äh, ich komm hier schon nicht mehr hoch. Was ist das Bullshit? Ich komm mal... Alter, ernsthaft jetzt? Fuck you! Friendly, ja? Das ist erstmal deiner Oma. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Wie kommt denn die hier mit Friendly? Tja! Weißt du, wir haben schon so viele Leute vers... Wir haben schon so viele Leute versucht Mist zu erzählen. Ich bin auf dem entsprechenden Ohr mittlerweile taug geworden. Tja, tja, tja. Achso, halt, hier war jetzt Falle. Da. Muss ich das hier machen und dann jetzt alle umbringen. Muss ich so. Oh, was? Acht? In meiner Erinnerung waren aber nur vier. Und vier hätten wir auch, wenn ich ehrlich sein darf, voll ausgereicht. Aber nein, man muss das ja immer übertreiben. Hab ich hier noch ein bisschen... Ne, hab ich nicht. Schrotflink, Munition, wenn mir ganz lieb. Aber gut. So, ich hab jetzt hier rote Karte. Heißt also, ich kann hier rein... ...das Tor öffnen... ...und... ...ich bleib mal lieber dabei, nur ein Tor zu öffnen. Das macht die Sache ein bisschen übersichtlicher. So hab ich noch das andere Tor, um mich dahinter zu verstecken. Wenn ihr hier wisst, was ich meine. Haha. So. Wow. Da oben ist noch, äh... Oh, was? Jungen, wir lernen, wo der Platz ist. Wo ist denn der? Da oben. Perfekt. WTF? Komm her. Da hinten ist noch einer. Ja, komm noch. Komm noch. Komm noch. Ich traf mich ja eh nicht. Wow. Digga, der schummelt. Der schietet. Der ist durchs Fetzer geklettert. Das hab ich genau gesehen. Denk schon mal, ich bin blind hier. Was ist denn hier? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Da hinten ist einer. Der kommt mal weg. Du kommst auch weg. Du kommst auch weg. Du kommst auch weg. Komm mir vor, wie bei so Frage-Antwort-Spiel. Erst schießt er, dann schießt er, dann schießt er. Dann schießt er. Dann schießt er. Dann schießt er. Lappe jetzt. Ja. Mach dich drüber, Teller. Oh, da oben ist noch einer. Der will wissen was. Krieg ich den von hier? Alter, ich sehe ihn durch seine Scheiß-Löck-Kubel nicht. Ich glaub ich hab ihn. Oder auch nicht. Ah gut. Den erledige ich nachher, wenn ich bei ihm bin. Wow, hier ist auch noch einer irgendwo. Komm schon hoch. Ich sag gar nichts. Ah, von hier aus hab ich schon einen guten Überblick. Allerdings bin ich hier auch auf dem Präsentierteller. Ziel, Arrayststück A. Okay. Arrayststück A ist tot. Was ist mit 400 zu 400? Was hab ich? Ach. Hä? Der Baum. Alter, der leckt mich doch. Ah. Die Sprenger. Unter falscher Anbeckung. Bitte was. Wir wollten mich doch alle töten. Und das mein ich ganz ernst. Halt noch. Halt noch. Oh Gott. Oh, ich hab 175. Das geht. Es ist aber nicht grad die... Äh. Ach Gott, das ist ja die Map. Oh Gott. Okay. Ich hoffe, ich äh... Ich hoffe, ich will lieber noch den nächsten Tag. Gut. Ich hab noch ein paar mal Schuss. Dann opfer ich die am besten mal hierfür. Und dann glaube ich mir vorne diese beiden, äh... Oh, da ist jetzt auch noch einer. Oder? Ach nee, die fliegen. Da oben sind noch welche. So. Jetzt sind hier erstmal alle weg, oder? Ich höre nichts mehr und ich sehe nichts mehr. Okay. Gut. Perfekt. So nutzt man diese Nachfülldinger effektiv. Kein einziges verschwendet. So muss das sein. Okay. Dann muss ich hier hoch. Speicher aber erstmal... Nehme ich doch... Oh. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich bin lieb von euch. Ich dachte schon, man mag mich nicht mehr. So. Okidoki. Ah... Arschloch. Ist er. Kanagi. So, hier war erstmal alles ruhig, bis zu dem Moment, was? Ich sehe, wer hat den gerade bekommen? Digga, da war gerade eine Riesenverschwendung. Achso, halt, ich muss erstmal da hin. Ich muss erstmal hier hin, hier war die blaue Karte. Oder? Ja, genau, da hinten. Aha. Oh. Gut, viel Munition. Dankeschön. Was? Ach ja, da war ja was. Ja, stimmt ja, das war ja genau das, was ich mir immer so entspricht hatte. Oh, nur einmal schießen. Ja, Bullshit. No Clip. Ansonsten, ja, man muss dieses No Clip wieder deaktivieren, weil solange man No Clip hat, kann man nichts aufnehmen, weil dieses No Clip deaktivierte diese Kollisionserkennung. Heißt also, ich kann überall durchlaufen. Das Problem ist, das Aufnehmen von den Items läuft auch über diese Kollisionserkennung. Heißt also, wenn ich irgendwo gegen renne, dann guckt er, gegen was renne ich gegen. Wenn es gegen eine Mauer ist, bräumt er meine Bewegung. Und wenn ich gegen ein Item renne, dann nehme ich praktisch das Item auf. Und dadurch, dass No Clip jetzt genau diese Erkennung abschaltet, kann ich in dem Moment auch keine Items mehr aufnehmen. Und deswegen muss ich No Clip immer deaktivieren, wenn ich irgendwo rein renne, um die Items aufzunehmen. Aber durch die Befühlshirurgie muss ich einfach immer nur Pfeil hoch und kann es normal entern, entern, also eingeben. Von daher ist es nicht so schlimm. Und ja, ich werde No Clip nur verwenden, um mir Items zu holen, die mir, klingt jetzt blöd, die mir laut meiner Meinung zustehen. Wo ich aber laut der Map nicht ran kann. So, hier muss ich jetzt aufpassen, hier kommt man nämlich, glaube ich, nicht mehr raus. Bei Doom for Doom kamen wir ja raus. Ja genau, das hier ist Wrong Lake. Sobald man hier einmal drinnen ist, ist also eine schöne Falle. Ja, super. Muss ich also, wenn ich hier gegen die Monster kämpfe, die kommen ja genau hier, die kommen ja da hinten durch. Ne, die kommen von da. Also, von einer Seite kommen wir, von der anderen Seite kommen dann die Monster. Und dadurch, dass ich da schon strafen muss, um auszuweichen, heißt das natürlich, normalerweise hört es natürlich so rum, und nicht gegen die Kanten, sondern mit den Kanten. Ähm, ja, dementsprechend heißt das natürlich für mich, oh, schade, ich dachte, kann man verschießen, es gibt nämlich so eine Tonne, die kenne ich aus Schlacht nicht tot, bei diesem Ort gibt's. Wirklich? Ja, willkommen in der Hölle. Ähm, man kann diese Tonne zerschießen, und dann bekommt man praktisch Items. Ultra cool, finde ich nice, macht nicht Spaß. So, okay, Waffencheck. Wir haben relativ wenig Rotflinten hier rumliegen, wir haben sehr viel scharfe Munition, und wir haben ein bisschen Plasma. Dann würde ich sagen, ich erlebe die dicke diese Gegner, weil die sind relativ stark, mit der Plasma-Waffe. Und zwar, und zwar so, und werde dann die anderen Gegner mit scharfen Munition umbringen. Wir haben auch noch ein bisschen, nein, das war gerade Verschwendung. Ja, das war Verschwendung. Wir finden gerade mal eine einzigartig. Spann, okay. Guckt euch diese Bastarde an. Guckt euch diese Bastarde an. Drei Stück mit einmal. Alter, diese kleinen, hinterhältigen... Oh. Habe ich nicht mal ausreden. Komm her. Oh Gott. Er liebte mich einfach zum Spiel durchrennen. Was? Fuck. Fieger, wir haben noch 11 Prozent. Was? Ach, da hinten war noch einer. Och, nö. Ist nicht ein fucking scheiß Ernst. Okay. Da hoch und dürfen wir... Nee, die Feuer ist. Ach, gute Scheiße. Ähm. Nein. Alter. Alter. Fuck it. Scheiße. Alter, aber ich schaffe es, oder? Ich glaube, ich schaffe es. Ich glaube, ich schaffe es. Jawohl. Das sieht gut aus. Gut, hier ist auch noch scharfe Munition. Also ich kann jetzt die nächsten Gegner, kann ich allesamt mit meiner Minigun erlegen. Ich bin schön filetiert. Gibt es denn heute Abend ein schönes Abendbrot. Gut, ich hatte schon Abendbrot. Mal ganz... Mal ganz... Äh... ...uneingenommen. Und ja, alles, was ich hier machen kann, ist legitim. Also gerade so was Spring angeht. Weil ich wiederhole. Und das ist speziell für gute Zoom gedacht. Ach du Kacke. Ähm. Ich wollte eigentlich gar nicht weiterspielen. Ich bin in der Falle gelandet. Ah, kommt. Erlegt mich. Ist das eine Kacke. Genau das hatte ich schon gemeint. Oh Gott. Diese Arschlöcher. Und damit war ich jetzt nicht die Monster, sondern die Map-Designer. Wie können die einen so was antun? Ich weiß ja, da ist ja gerade so Flau drin. Das zerlegt sich ja immer noch so nach dem anderen. Na? Schafft das sogar. Normalerweise kommt er in die I-Bus-Szene. Und stattdessen... ...hängt man da so eine scheiß Falle drin, wo man nicht mal rauskommt. Das ist doch nicht mehr normal. Habt ihr jetzt alle? Digga, wir haben gerade mal 200 Kugeln gebraucht. Das ist schon statistisch gesehen gar nicht mal so schlecht. Also das muss ich jetzt so festhalten. Also haltet das mal fest. So. Bam und bam. Wenn das nicht gut war, das weiß ich auch nicht. So, wir haben noch 300 Kugeln. Das heißt also, wir können noch ein bisschen von der Minigun Gebrauch machen. Das heißt also, ich kann durchaus noch ein bisschen mit der Minigun... Das freut mir aber. Ach du Scheiße. Okay, die Gegner da hinten, die erledige ich erstmal alle sammeln mit der Minigun. Ich glaube, das macht soweit Sinn. Ach Scheiße, Alter. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Scheiße, wo will ich denn jetzt hier? Okay, okay, okay. Das gibt's nur eine Möglichkeit. Perfekt. Perfekt. Was? Der Hurenbund kann hochspringen? Aha, sehr schön. Das ist der einzige Vorteil für diesen Arzt, weil es ist, dass man diese... Ja. Von denen diese Waffen bekommt. So. Minigun. Klappe. Gott. Umholt hatte ich zu Hause. Danke. Und danke. So, hier hinten war jetzt auch noch Gegner. Hello. Oh, nein. Okay. What the fuck? Alter! Oh. Meine Finger sind voll. Tatsächlich. Der ist ja nice. So. Okay. Ich hoffe, es sind jetzt alle weg. Ja, alle weg. Alle Gegner weg. Alter, what the fuck. What the fuck. Dankeschön, 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 dankeschön. Mist. Fuck. Arsch. Bitch. Arsch. Jetzt muss ich erst zum anderen Ende der Map laufen. Um mir da diese... ...Mission zu holen. Vor allem hoffe ich, wir haben noch irgendwo ein bisschen Leben. Ah ja doch, wir hatten da noch ja... ...zwei Hellpacks hatten wir ja da noch. Darf ich hier nicht irgendwas in die Falle rennen? Oh, Alter. Und ich rutsche fast perfekt rein. Digga, hätte ich gerade nicht mit voller Kraft in der Rechts-Taste gedrückt, wäre ich voll da reingerutscht. Und mit voller Kraft meine ich volle Kraft. Meine Tastatur ist jetzt durchgebrochen. Danke dafür. Ich hoffe, sie wird ersetzt. So. Jetzt haben wir alles, was wir mehr oder weniger haben. Waffen-Check. Sieht soweit gut aus. Wow, zum ersten Mal sind wir komplett voll. Ich glaube, das können wir feiern. Nicht gelockt, das können wir... Habe ich gerade feuern gesagt? Ich meine, das will ich feiern. Also können wir feuern, klar. Boah, Alter. Jetzt habe ich mich gerade selber mit der Links-Taste reingedrückt. Da hatte ich gerade Glück gehabt, dass ich so viel Schwung nach außen hatte. Sonst wäre ich gerade voll in die Falle gerannt. Ist das der Hinder. So, und jetzt kommen die ganzen... ...ja, Street-Maps. Also City-Maps, meine ich doch. In der Stadt und so. Oh Gott. Ja, wobei, es fängt jetzt hier noch ruhig an. Das ist auch nochmal so eine Wildnis. So eine...ja, wie heißt das eigentlich? Sahara? Äh... Steppe? Ja, irgendwie sowas. Wobei, Steppe ist es ja nicht wirklich. Keine Ahnung. In Geografie war ich noch nie gut. So, Nolan. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ähm... Für heute. Ja. Und morgen werde ich dann sowieso wahrscheinlich... ...erst mal nicht mehr Extermination Day spielen, sondern morgen werde ich mir mal Mini-Doom vornehmen. Aber wie gesagt, wir werden da ganz, ganz schwach anfangen. Heißt also... ...leichte Schwierigkeits-Level. Ähm... ...und... ...guck nicht, von wie weit wir kommen. Aber wie gesagt, ich habe mir schon Let's Plays angeguckt. Siehe hier. Äh? YouTube. Äh... Achso, Quatsch. Sieht ihr ja gar nicht mehr. Ist ja mittlerweile schon raus. Ja. Ähm... Nein, falsche Seite. Das da. Äh? Ich habe mir schon Let's Plays angeguckt. Und der spielt auf Ultra Nightmare. Ja. Und wenn ich mir den so angucke, also das, was er schafft, werde ich nie schaffen. Also das ist schon... Checkt ihn gerne mal aus. Dann... Dann seht er was, was morgen auf uns vorkommt. Äh... Zu kommt. Das wird Hardcore. Und deswegen, weil ich nicht Hardcore spielen kann, werde ich das einfach auch ganz leicht spielen. Weil das Schöne bei Mini-Doom ist, man kann von Map zu Map den Schwierigkeitsgrad auswählen. Und wenn wir wirklich merken, das ist doch zu einfach, dann können wir immer noch hochstellen. Aber ich habe es, wie gesagt, schon auf dem... ganz, ganz leicht angetestet. Und ganz, ganz leicht ist auch schon ganz, ganz schwer. Also... Ja. Das Problem sind gar nicht mal die Gegner als solches, sondern eher die Steuerung. Die ist halt extrem ungewohnt. Und... Sachen, die man bei... Weil... Weil... Weil Doom spielst ja hauptsächlich damit, dass du... Du weißt den Genach praktisch aus, indem du einen Schritt nach links, nach rechts machst. Oder bei Ecken um die Ecke luchst, Gegner abschießt und dich dann hinter der Ecke versteckst. Das sind so diese Standardstrategien bei Doom. Und die funktionieren dann natürlich alles am Tisch, ne? Das ist schon... Vor allem... Ja. Ja. Wie gesagt. Alles Mock. So. Von daher würde ich mal sagen. Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal.